Hallo und herzlich willkommen zu einem Pokémon Mystery Dungeon, der Erkundungsteam und Let's Play von mir, Schornfair. Das letzte Mal waren wir im Sturmmeer und dieses Mal werden wir mal schauen, was als nächstes kommt. Und hey, super sweet perversling Pelippa. Pokémon Zeitung extra platt. Unterirdische Ruine entdeckt, miseröse unterirdische Ruine freigelegt. Sie war bisher unter dem Krater eines urzeitlichen Meteoriteneinschlags verborgen. Die Ruine stammt aus einer Zeit, noch bevor unsere Zeitrechnung begann. Man hört Gerüchte über ungeheuerliche Schätze. Und möglicherweise sogar Pokémon, die dort seit undenkbarer Zeit leben. Auf dem Pokémon Platz ist die Ruine in aller Munde. Okay, hört sich ja interessant an. Ruine entdeckt hier, haben wir schon gelesen. Lagern. Hört sich ja wirklich interessant an. Schauen wir einfach mal, ob es hier im Pokémon Platz irgendwelche Pokémon gibt, die darüber reden. Du gehst auch nicht zur Ruine, meine ich. Äh, du gehst auch nicht zur Ruine, meine ich. Was solltet ihr nicht gehen? Na, meine... Warte, ich habe eine komplett falsche Schimme gemacht. Egal. Na, meine mütterliche Fürstsager wird dich überall hin begleiten. Also, hallo und herzlich willkommen. Yay. Das war bestimmt nicht so schlimm, ist mir egal. Also, wir sollten erstmal ein paar Items lagern und so ein Zeug machen. Bevor wir mal mit den anderen reden, so... Hoho. Top Alex hier, ja, beleberset haben auch nicht so viele. Wir sollten aber noch ein paar Zinebär mitnehmen. Und, ja, keine Ahnung, die Ruinen sind halt... Ähm, die sind, glaube ich, ein bisschen spezial. Also, yay, Superspeed, Zinebär nehmen. Und, dann schauen wir mal, mit wem wir hier reden könnten. Hey, Magdredis. Arbeitet weiterhin hart an eurem Retter, dem... Okay. Ähm. Hey, Lombrero, du weißt bestimmt was. Hey, weißt du schon das Neueste über die Ruine? Es heißt, da gäbe es jede Menge Schätze. Und diese Schätze sollen nicht nur auf dem Boden liegen, ja? Weißt du was? Angeblich sollen die Schätze auch in den Wänden versteckt sein. Wenn du die Wände einreißt, gibt es Schätze ohne Ende. Klingt doch super, oder? Ich glaube, Tengulist weiß, wo genau diese Ruine ist. Ähm. Okay. Hört sich ja interessant an, aber erst mal geben wir uns dein Geld hier ab. Hier, los. Nimm all mein Geld, Snobilikat. Ach, so, dann reden wir mal mit Tengulist. Was fragst du, wo die Ruine ist? Die Ruine befindet sich tief im Dschungel im Südosten. Wenn man vor... Wenn man forscht... Wenn man sich vorstellt, was es da für Schätze geben könnte. Hehehehe. Wahnsinn. Viel Glück, Amigo. Ungeachtet der befreundlichen Tatsache, dass Tengulist das Team zu seinen Amigos gemacht hat, steht man dem Team von Sean, werden nur die Ruine offen. Yay. Wir können jetzt so Ruine und Ruinedinge machen, was man auch so in der Ruine macht und was weiß ich. Aber wir sollten erst mal unseren Kumpel mitholen. Also, hier, unseren Kumpel Morabel. Wah, der Pierre, ja? Den sollten wir natürlich auch mitnehmen. Der war schon die ganze Zeit dabei. Das war auch nicht... Wo ist er denn? Hier, los. Besuchen. Echt bescheuert, dass man jedes Mal in das Areal hier muss, um den ins Team zu bekommen. Seine Stimmung hat sich geändert. Okay, zum Team. Wow. Und der hat ein Item. Zeig mal. Ähm. Nehmen. Das ist mein Item hier. Was soll das? Ha! Okay. Dann sind wir jetzt eigentlich bereit. Jetzt müssen wir halt nur noch irgendwie... Ähm, ja. Steril auf. Was macht das? Gäbrige, schmierige Items werden vom Schmutz befreit. Oh, sehr schön. Das hört sich ganz schön an eigentlich. Und somit gehen wir einfach mal weiter zu den Ruinen. Schauen wir mal, was es da so Schönes gibt. Ruine. Oh, ah, was hab ich geklickt? Oh, verdammt. Okay, nochmal. Schauen wir. Oh, da stand irgendwas dran. Super Speed. Werden die folgenden Regeln, die für diesen dann gelten akzeptiert, Spiel wird von Vorbetreten gespeichert. Oh, verdammt. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich mach einfach mal ein Save-State. Ja. Sicher ein Fehlgeschlagen. Funktioniert es trotzdem. Ah, gut. Das funktioniert trotzdem. Sehr schön. Aber ich mach jetzt hier ein Save-State, weil so gesehen mussten wir ja speichern. Also, schauen wir mal. Goldbads. Okay. Wir sind jetzt in den Ruinen. Und die Ruinen, die sind... Ich glaub, die waren ziemlich groß. Wenn ich mich recht entsinne. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wir werden es noch rausfinden. Und, ja, schauen wir mal, was es hier so für tolle Pokémon gibt. Oder ob wir überhaupt schon welche anwärten könnten. Sneeble. Und, ja, das war's. Potenzielle Anwärter und rekrutierende Pok- Ah, cool. Hier stehen die, wo wir schon rekrutiert haben. Aber davon gibt's noch nicht allzu viele. Und... Wie gesagt, ich glaube, das ist hier ziemlich... Weit, oder? Also, es gibt, glaub ich, ziemlich viele U's hier. Uh, ich hab vergessen, was das ist hier. Uh. Untergrund? Keine Ahnung. Es gibt... Ich mein, E wär dann ja wahrscheinlich Ebene. Und, uh. Uh. Nicht Schläfe... Oh, gut. Zum Glück haben wir nicht Schläfe drin. Aber was haben wir da für ein Item bekommen? Federkraft? Ein Item zu tragen verhindert, dass der Anwender von Items, die nach ihm geworfen werden, getroffen wird. Sie prallen an ihm ab. Okay, und was ist denn das für ein X? Heißt das, dass es irgendwie verklebt ist? Oder warum ist da ein X? Hm. Egal. Egal. Wir werden das schon noch irgendwie rausfinden. Was auch noch wichtig zu sagen ist hier bei dem Dungeon ist, dass ich glaube, dass es hier ziemlich viele von diesen doofen Fallen gab. Und das ist überhaupt nicht cool. Und... Ja. Hm. Wer geht's dazu, glaube ich, nicht zu sagen, dass es total uncool ist? Das Coole ist halt, dass wir eine super tolle IQ-Fähigkeit haben. Und... Eigentlich müsste die ja sogar Angst sein. Und eigentlich sollte die nichts bringen, oder? Das haben wir ja schon mal mitgekriegt. Wo steht's denn? Ähm. Fallenvermeider. Das Pokémon vermeidet ist meistens auf sichtbare Fallen... Ach, auf sichtbare. Bah. Sichtbare. So unnötig. Was? Sichtbare Fallen. Ist ja klar, dass man da nicht drauf geht. Bah. Also es ist doch nur für irgendwie einen Partner, wenn der sich entscheidet. Auf einen Fall zu gehen, macht er es dann doch nicht, wenn es auch wirklich sichtbar ist. Okay. Hoffentlich haben wir das auf Morabel drauf. Ich bin mir da nicht so sicher. Der ist... Unser Pierre ist nicht der Hellste. Sehen wir auch hier im Bericht an den Sternchen. Der hat einen IQ von drei Sternchen. Also nicht nur drei. Und wir haben den IQ von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 Stärtchen. Boah, hab ich jetzt richtig gezählt? Ja, hab ich. Okay, gut. Nicht, dass wir gegen kompletten IQ gleich wieder verlieren würden, nur weil ich falsch gezählt habe. Wäre schon irgendwie doof. Egal. Das Buch. Oh, nee. Warum haben die solche nervigen Attacken? Hm. Also, so gesehen ist es hier nicht allzu schwer. Und man sieht ja auch, wir killen eigentlich alles mit einem Hit. Vielleicht liegt es daran, dass wir gut gelevelt sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach nur gut aussehen. Natürlich. Aber... Keine Ahnung. Es ist halt so. Ich meine, so wirklich starke Pokémon treffen wir ja noch nicht. Vielleicht ändert sich das noch mit einer höheren Ebene oder einer tieferen Untergrund-Ebene, was auch immer das heißt. Also, was auch immer da dann... Was auch immer U noch mal heißt. Wir werden es herausfinden. Nur, hier... Also, wir haben ja schon mal so ein paar Bossfights gehabt und hier wird es so etwas Ähnliches geben. Ich will jetzt nicht zu viel, keine Ahnung, spoilern. Ob das jetzt ein Spoiler ist, weiß ich nicht. Ich werde es einfach nicht sagen, weil wir es sowieso noch mitkriegen werden. Und huch, schon wieder so ein Kreuz. Also, ist es wahrscheinlich wirklich so. Ähm... Es ist, glaube ich, wirklich so, dass wir... eben links und so. Ja, ihr wisst schon. Ähm... dass das verklebte Items sind. Das wollte ich sagen. Huh. Das ist da links. Oh, okay. Also, Köderorb. Okay. Vielleicht wollen wir sogar das Pokémon umbringen. Ich habe ja keine Ahnung, was das Köderorb so macht. Wahrscheinlich was total doof ist. Aber, das werden wir noch herausfinden. Und das Wichtige ist jetzt erstmal hier, so gut wie möglich durchzukommen. Und hoffentlich auch schön zu leveln, weil... es... Wir werden hier nicht allzu wenig sein, wenn es wirklich das ist, was ich denke. Ich kann mich auch total täuschen. mit dem Ganzen. Aber ich glaube, das war es, das, was ich denke. Und darum werden wir hier noch eine Weile sein, denn ich glaube, dass die Ruine sehr, sehr viele Ebenen hat. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ich wiederhole mich. Pfui. Bäh. Ii. Wiederholungen sind. Bäh. Oh. Oh. Nein. Verwirrung. Nein. Der Ding. Das ist ein Problem bei der Verwirrung. Man weiß nicht, wo hinläuft. Und man läuft wahrscheinlich ununterbrochen immer wieder da rein. Huch. Ach nee. Hör auf mit der Agilität. Das ist... Oh. Hör auf. Los. Töte es. Oh. Verdammt. Das ist jetzt schlecht. Ich setze es einfach mal... Oh. Eine normale Tacke ein. Okay. Also, zum Glück ist unser Kumpel hier nicht drauf gerannt. Das wäre echt doof gewesen. Und... Ah, okay. Wer sagt es denn? Ah. Ach nee. Schon wieder was Neues. Ah, okay. Wie das so ein Einschlafteil. Zum Glück ist es nicht so viel. Und wie ich gesagt habe, hier wird es ziemlich viele Fallen geben. Und wir können nicht allzu viel dagegen machen, weil Fallen sind böse und die sind wirklich uncool. Man kann auch... Also... Es gibt, glaube ich, die Coolfähigkeiten, wo man die dann wirklich komplett vermeiden kann. Das war es dann aber auch. Und ich bin so froh, dass wir Nichtschläfer drin haben. Ich meine, das hat er jetzt eh nicht getroffen, aber trotzdem. Jetzt zum Beispiel. Unversehrt. Ach, du dachtest wirklich, dass du uns angreifen kannst. Bist euch bescheuert. Kack, nu. Oh. Was soll das? Egal, wir haben ja zum Glück Flammenwurf. Frau, stirb. So. Ich kann es kaum erwarten, wenn wir dann endlich mal einen richtigen Kackraum erwischen und in irgendwelche Monsterräume kommen. Das wird nämlich wahrscheinlich auch noch dazukommen. Das wird nicht allzu cool sein. Ja, es ist... Keine Ahnung. Wir werden es doch herausfinden, wie super der Run hier sein wird durch diese Ruine. Ich bin mir selbstverständlich so ganz sicher. U8. Also so wirklich schnell kommen wir ja nicht voran. Sollte aber kein Problem sein. Was? Verhöhnerung. Wah, wir sind schon voll. Ups. Ey. So, geh doch. Schlaf, steil, bla, okay. Hm. Okay. Ist ziemlich schnell voll. Das ist ja richtig doof. Hm. Ich glaube, ich setze einfach bald das Sterilorb ein. Wow. Oh, was? Eigentlich sollten wir jetzt Schaden nehmen. Und... Ah, okay. Jetzt sind auch hier zum Beispiel bei Federkraft ist das so das Zeug weg. Und ja, man kann uns jetzt nicht mehr abwerfen. Das war es aber auch. Ja, gut. Gehen wir einfach weiter. Tada. Also, man könnte uns nicht mehr abwerfen, weil wir das Item nehmen. Aber so oft werfen Gegner jetzt nicht wirklich irgendwelche Sachen nach uns. Es sei denn, wir werfen nach den Gegnern und das prallt ab und dann heben die es auf, dann werfen die doch gerne mal ihren Schrott wieder zu unserem Schrott wieder zurück. Aber solange wir das nicht machen, sollten wir eh sicher sein. Und huch. So viele Items. Mann. Da kommen die denn alle her. Aber Top-Elixier nehme ich gerne mit. Ich stirb. Oder ich könnte es jetzt eigentlich einfach essen. Warum nicht? Wir haben ja noch... Ähm. Okay, ich nehme es wieder lieber mit. Wir haben ja nicht allzu viele. Geben wir das... Ähm. Lärmband einfach mal dahin. Das brauchen wir eh nicht so wirklich. Und was ist denn das? Ein Schlafort. Hm. Sehr interessant. Ich glaube, das nehme ich auch mit. Und zum Glück gibt es hier diese Boden-Dings. Wechsel. Gegen was tauschen wir jetzt? Gegen einen Schlafsamen. Das finde ich fair. Mit dem Schlafort können wir nämlich jeden einzelnen Gegner zum Schlaf bringen. Und so ein Schlafsamen, der bringt es eigentlich nur für einen Gegner. Aber ich glaube, wir können dieses Schlafort nicht auf Bosse einsetzen, aber eben auf, ja, andere. Huch, Linkbox. Uh. Das hört sich interessant an. Hm. Ich glaube, ich setze einfach mal ein. Und ich verbinde... Grimasse? Äh, nein. Oh, das ist jetzt doof. Ich könnte Grimasse mit Flammer verbinden. Ne, ich nehme es ja einfach mal mit. Oder ich lasse einfach liegen. Es ist viel schlauer. Scheiß darauf. Braucht doch kein Schwein. Und oh, bitte. Ja, mach was Gutes. Oh, okay. Und Pau, wer sagt es denn? Also die XP ist gar nicht mal so schlecht. Es gibt bessere und wir sollten eigentlich ehrlich wirklich mal in dieses Makuhita Dojo gehen und da ein paar Dojo-Teile machen. Ist auch eine schlaue Idee, da mal sich hochzuleveln und so ein bisschen Zeugs machen. Um, ja. Vor allem, wenn wir alle Makuhita Dojo-Teile gemacht haben, kriegen wir noch eine kleine Belohnung, die auch ziemlich interessant ist, aber eigentlich fast unnötig. Aber es ist interessant, ja. Es ist alles aus Zelt. Was schläfst du hier? Müsst du mich verarschen? Geh weg. Pfui. Ich sollte mal schauen, wie viel wir noch für ein Level abbrauchen. Und oh. So viele Gegner kommen von da oben. Och nee, das war gerade Nebunag, oder? Das finde ich jetzt uncool. Oh, was so. Du wirst mich verarschen, oder? Warst du das? Ich zeige dir, was jetzt mit dem Tempo passiert. Gar nichts passiert mit dem Tempo. So, jetzt zeige ich dir aber, was mit dem Tempo passiert. Du trägst wie. Ah, es ist weg. So, und 11.000 EXP und 14.000. Huch, der ist bald Level ab. Und dann Level 35, dann fehlt ja noch ein einziges Level, bis wir ihn dann entwickeln können. Cool. Ich glaube, das wird dann auch noch hier in den Ruinen passieren. Aber schauen wir einfach mal. Huch. Ey, ein Hypno. Cool. Stopp. Oh, nee, nicht Hypno. Ich meinte Traumatung. Entschuldigung. Ich habe mich total vertan. Ha, stirb. Hier mit meinen Falschinformationen. Wow, der hat viele XP gegeben. 440 für so ein Kackvie. Okay, warum nicht? Also, ich habe da nichts dagegen. Und ja, wir sollten auch mal ein bisschen Arbeit machen lassen, wenn er treffen würde. Weil irgendwie hat der noch... Ha, ha. Hat der wahrscheinlich noch eine Menge AP. Aber er trefft den nicht. Dummer. Attackenmüll. Mann. Warum treffen wir so wenig? Vor allem ist hier auch noch ein höheres Level. Keine Ahnung, ob das was damit zu tun hat. Aber egal. Was ist das denn? Warpsam, okay. Arena-Behre brauche ich nicht unbedingt. Das andere item weiß ich gar nicht mehr, was das ist. Schon vergessen war, glaube ich, irgendein Orb. Geh mal einfach weiter. Unwichtig, Ruine U13. Also, eigentlich müssten wir hier sogar mehrere Bosse antreffen. Also, es ist jetzt nicht gespeilert, ja, weil ihr nicht wisst, was wir Bosse haben. Aber egal. Aber egal. Wir werden es sehen. Oh. Oh, okay. Wow. Es ist irgendwie ein echt lächerlicher Bassraum. Ich bin aber glücklich, dass es so ist. So, ich setze einfach mal Schaufler ein. Auch nicht. So kann unsere Kumpel hier noch ein bisschen bei dem Pokémon was machen. Vielleicht. Uh. Und vielleicht auch bei dem... Du wirst mich verarschen. Schaufler trifft das vielleicht? Mann. Wie ätzend. Egal. Ich wollte egal sagen, aber es ist doch nicht egal, weil mal wieder jemanden nicht treffen kann. Ich frage mich, wer das nur ist. Komm schon. Triff. Oh. Nee, wo lag. Hm. Nee. Los. Oh, Level Up ist ja schön. 35. Hast du auch eine neue Attacke? Ähm. Ich glaube nicht, weil es kommt eigentlich immer vor den Statuswerten. So, jetzt treff mal. Danke. Ist auch das Mindeste. Oh, Giftwolke. Oh, Schutzschild. Ja gut, dann greifen wir lieber das Vieh hier an. Hm. Ja, einfach mal im Boden geht. Da ist immer sicher. Und wenn jetzt noch unsere Kumpel eine Attacke hätte, die über... paar Felder geht, dann könnt ihr der auch noch... ...hier angreifen, zum Beispiel sowieso ruckzuck hieb. Aber sowas hat der ja nicht. Stirb auch, verdammt. Stimmt, der hat ja noch seinen... Oh, ja gut. Für was greife ich eigentlich an? Aua. Zu mir verarschen. Kann das Schutzschild auch mal weggehen? Das ist wirklich die unfairste Attacke in dem Spiel. Ich frage mich, wie das überhaupt... Wie... Wie ist das? Tut das irgendwie verschwinden, wenn man öfters angreift? Oder wenn man was macht? Weil... Das kommt mir echt ziemlich unfair vor. Wenigstens war der Monsterraum relativ einfach. Mann. Egal. Zinkband, was machst du? Spezialverteilung? Hm. Okay. Wir brauchen das Scannerband eigentlich nicht. So. Weg damit. Und... Ich glaube, ich benutze noch ein Top-Elixier. Wir haben ja eins aufgehoben, also könnte es doch eine schlaue Idee sein. Haruine U15. Oh, genau. Perfekt. Alarm. Eindringlinge. Eliminieren. Alarm. Eindringlinge. Eliminieren. Huch. So, da sind wir schon beim ersten Boss. Und ich denke mal, ihr könnt jetzt auch irgendwie... Ich würde ziemlich gut erraten, was der nächste Boss dann sein wird. Aber das hier ist der erste. Hinten wir mal raus. Okay. Wir machen einfach mal einen Flammenwurf. Soll ich nicht allzu viel Schaden machen? Oh. Au. 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 reingehauen kannst du jetzt mal aufhören mit der explosion du brennst idiot so also er sollte in schlau attacken machen so gesehen ja es geht okay ich glaube ja gut wir halten lieber nicht wir doch ja halbe es wird schon passen wir können einfach mal mit krimasse wir können ja verlangsamen und dann los wir machen kaputt zerstört so jetzt muss auch aufpassen regi roger oder regi rock wir auch immer den aussprechen will wie es etwas fallen offenbar bewachte regi rock diese seite okay ein g rock teil oder wie schirock das regi rock bewachte okay ein cooles item schau mal ein geheimnisvolles item welches von regi rock wie sein auch ab für gehütet wurde was man mit diesem item machen kann bleibt allerdings im dunkeln verborgen interessant also das gute ist hier bei der kleinen ebene kann man ein bisschen warten und sich hoch halten lassen und schauen wir mal wie weit ist okay der kann auch noch ein bisschen heiler zeugs gebrauchen so jetzt fertig und ich denke man kann sich auch denken welche poko noch als nächstes kommt für so kleine minibus und ja gehen wir einfach mal weiter ruine u16 wie es aussieht alle 15 ebenen ich bin mir da bin ich sicher und ich weiß auch nicht wie das mit dem also wie weit wir hier dann noch gehen und so und was doch so alles passieren wird ich denke mal lebe ist noch doch komm schon wirklich wo schleimkost hier schnell wegwerfen ich glaube es zeug das vermehrt sich in der teile ich bin mir nicht wirklich sicher ich jetzt doof dass unser tolles item kaputt gegangen ist egal nicht so wichtig was ist das ich renne drauf ok brauche ich nicht das gute ist wenn man hatte nicht aufheben will muss einfach nur drauf rennen dann passt es aber ich glaube ich mache einfach mal ein regi rock oder regi rock so pro folge es sei denn die eine es sei denn wir kommen zum nächsten regi vier als nicht regi rock sondern ein regi pro seite seite genau pro folge so es sei denn wir kommen super schnell in der nächsten episode zum nächsten regi dann nicht aber sonst würde ich mal sagen dass ich jetzt einfach gleich mal die folge wende und dann ja mal schauen was uns so noch hier was wir so noch finden werden die punkt wahrscheinlich schon bis was zu auszuhalten nicht zu auszuhalten aber ja ich würde mal sagen das war's für die folge wir wir sehen uns beim nächsten mal